hallo und willkommen hier in ich wollte schon sagen in eisiger höhe das passt ja gar nicht wir sind hier in warmer höhe letzte folge war ich hier bei diesem wie heißt das noch was ist das ja jetzt hier waren wir stehen gelesen das ist auch super achten wir haben wir doch am ende der folge also als die folge als ich hier das ding ausgemacht und die kamera also folgt als wir die folge beendet haben haben wir noch ein tic hier ein bisschen weiter ein bisschen geguckt oh mein gott was sind das für banner auch die kannst du doch mitnehmen mache ich auch hier und dann waren wir hier und haben noch ein bisschen sozusagen so ein kleines bisschen geguckt und genau okay ich baue damit schon ab ja auf jeden fall hol ich mir jetzt hier die wanne wo ist der bibel aber letzte folge habe ich hier ein baby zombie gehört ja und der hörte sich nicht nett an ja stimmt da war ich ja guck mal leute hier seht ihr den beweis hier ne hier war mein loch ja dann stand überall ich habe ihn gehört und einen großen zombie ja wir schon ein teppich aber okay aber ich konnte die bücher die können wir brauchen und den topf nehme ich ich sehe dich guckst du mal beim dach ich hab schon der hier gar keinen platz mehr guckst du machst du mal das fenster auf wir springen da jetzt runter ich mache das fenster auf ja ich drücke ich mache das fenster natürlich mit dem griff auf mit dem hand kommen raus kommen mit raus ich komme nicht raus ich habe angst warum ich werde gleich wieder zurück ins dorf gehen und mal gucken komme ich hier runter nein ich gehe einfach tschüss ja genau da haut er einfach ab was halt immer noch anderes bei ever okay ich werde jetzt zurück ins dorf hilfe 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 bitte bitte oh mein gott ich bin fast die bildschirm von kreide hoch und und habe ich nicht mehr gestorben und wir sind gar nicht mehr gestorben okay weil ich hier tschüss nein nein er hat was weiß noch die bibliothek ja ich habe meinen bank gekriegt war mit der letzte folge oder haben wir da nur anrufe geguckt tippe mich zu dir tippe mich nein das machen wir nicht doch ich möchte weg hier das ist so unheimlich hilfe 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 mit meinem die karotten haben wir jetzt davor gekocht leute so leute also wir gehen jetzt hier ich nehme das zuckerrohr da liegt irgendwo auch noch junge ich mache zucker und ich habe angst dass sie jetzt irgendwo uns leim ist das nicht so die karotten halten so wenig okay sind wir nur noch den weg zurück ins dorf finden und dann tippe ist du mich zu dir wenn ich nicht hinterher kommen nein wir wollten doch eigentlich gar nicht so ziemlich ja aber ich möchte ja ich sag wir lassen jetzt am besten einfach wir lassen jetzt dass das die died he die tschüss jetzt an also zumindest habe halten weil das weiß wir haben es mit monstern und ich will nicht dass wir jetzt sterben in der höhle wieder schon am telefon gesagt hat verbrennen die sachen in der lava deswegen das will so ein bisschen bescheuert dass das mal will ich also Das sagt man hier nicht, ne? Was? Ja, stimmt. Naja, ist ja wenigstens nicht so schlimm für mich. Ich geh dann mal nach Hause, ne? Äh, ja. Ich hab ne Spinne gehabt, ich bin ne Höhen. Oh! Oh, ne? Ist doch gut. Ja, nehm mit! Nehm bloß mit, wir müssen uns Chackle-Lawis machen und ne Höhlenschuhe machen. Ja, genau. Das wollten wir vielleicht sogar diese Folge machen, oder? Ja. Ja, okay. Also, diese Folge wird ne Höhlenschuhe gemacht, das ist doch sehr schön. Ich bin glücklich, dass ich mir die Melonen genommen hab. Wieso? Weil ich sonst verhunger. Ach so, weil Melonen lecker sind. Mann! Und, es gibt auch coole Melonen. Okay, wir müssen uns mal irgendwie so ne Schweine-Kuh-Farm-Dingsbums machen. Damit wir immer... Mann, zuerst der Eingang! Das könnten wir in der nächsten Folge machen, oder so. Mann, 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 zuerst der Eingang. Okay. Wenn ihr das hier jetzt gerade seht, also, wenn ihr das jetzt nicht seht, aber in dem Moment, bevor ich das hier gerade aufnehme, lade ich gerade schon die neue Folge Schnitzel hoch. Wir produzieren jetzt so ein Tick vor. Ja? Aber alter, was war das für ne große, riesige Ader, verdammt? Was heißt verdammt, aber alter, was? 39? Ne. Doch. 39, oder? Was? Ach, ich hasse zusammen. Kohle sind da rausgekommen. Oh, die Kohlen. Kühl schmecken mir gut. Hä? Ja, ich suche unser Zuhause, aber ich finde es... So, okay. Kohle, 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 Kohle. Kohle. Ich gehe gleich in die Kohle. Ha! Ja, ich muss. Ich komme auch mit. Aber das machen wir an der Nahenhöhe. Höhe. Höhe. Haha. Ähm. Suchst du unser Dorf? Bin, bin gerade dabei. Und hopp. Und... Ein. Alter. Ich dachte gerade, ich bin die Rote gefallen. Okay. Hier sind wir wenigstens wieder in so einem schönen Bildung. Habe ich mal die Karte mitgenommen, ist die Frage. Nö. Natürlich nicht. Glaube ich. Oder? Habe ich die bloß übersehen? Keine Ahnung. Egal. Da. Ich weiß, ich laufe in die falsche Richtung, aber... Äh, welcher konnte. Ja. Oh. Jetzt bin ich vorliegen. Oh. Oh. Äh. Ja. Ich komme hier gerade sowas von voran. Äh. Wir suchen mal eben das Haus und das Dorf mal nicht. Nein. Nein. Mach nicht aufschlussend. Das ist ja auch viel zu langweilig. Und außerdem überziehen wir dann wieder. Bis gleich. So. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Nach einer ultramange Zeit. Alter. Das war richtig... Was? Dann machen wir uns erst mal Topfuckalowies. Genau. Ich gebe dir mal alles hier an Kohle. Weil... Und... Wie viele Sticks hast du? Was? Sticks drei. Ich habe auch drei. Was? Hast du drei? Oh! Okay. Jetzt hast du sechs Sticks. Wahrscheinlich. Ne? Hast du denn... Hast du sechs? Okay. Jetzt... Jetzt... Habe ich gerade das... Du hast gesagt. Jetzt ist es nicht sechs. Sondern... Nein. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall. Hier hast du alles an. Nein. Du hast nicht. Na? Gut. Genau. 64. Ja. Okay. Ich nehme auch ein paar. Ich gebe dir natürlich die Hälfte. Waaah! Wir teilen das einmal. Und gebe ich den... Warte mal. Ich habe hier ein bisschen zu viel Krempel. Waaah! Hey! Wo sind meine Fuck-A-Lowies? Äh... Habe ich den da hingeworfen? 36. Du hast... Ich... Ich habe ein paar weniger als du. Okay. Dann schmeiß ich mal... Wir müssen hier mal demnächst nochmal... Ich muss mal hier meine Smaragd... Alter! Fünf Smaragd und... Welche ist das? Die vierte Folge. Glaube ich. Oder? Und wir haben gerade schon... Ja. Weißt du, was ich A finde? Kriege ich auch ein paar noch mehr. Fuckin. Warte! Warte! Das ist die auch 64. Okay. Warte! Ich hab... Ja. Hast du sie? Nein. Ich hab noch vier. Äh... Hier. Okay. Jetzt hab ich zwei und sechs. Das reicht. Also... Es ist... Ne... 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 Okay, also lass mal gucken, wo finden wir viele Höhle? Oh, ne. Eine Minecraft-Regel. Nimm dir immer Erde mit. Keine Ahnung, wieso. Bestimmt will ich das bauen. Recht hast du. Hallo Mr. Pferd. Mr. Pferd. Mr. Kuh. 1.0 und 2.0. Hä? Ich hab eine, ich weiß, ich weiß wieder eine. Da. Ach, da. Äh, Leute. Also. Warte, erst mal. Teleportieren würden wir natürlich nie machen, ne? Nein, außer, dass er es gerade gemacht hat. Nee. Ey. Nein. Uh. Oh, mein Arsch. Das machen wir hier nicht. Hallo. Oh, Leute, das gibt Rache. Aber ich setz jetzt erstmal mein Spawnpoint. Point. Ja, gut wie deutsch. Hä? Hä? Hä, guck. Ach so. Und oh mein Gott. Ich hab gerade sehe hier, dass mein View Gamepad gleich leer ist. Hä hä. Ähm, Moment. Kurz mal entschließen. Ähm, Moment. Ich mach einmal so den hier. Was? Ja. Ich hoffe, man sieht mich dann nicht. Ich bin gar nicht leer. Man sieht dich nicht. Ich bin gar nicht leer. Man sieht dich nicht. Nein. 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 Ah. Oh mein Gott. Ist jetzt mein Spawnpoint hier? Oh mein Gott. 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 Und ich kann es nicht gern Paula, kann ich gut... Eisen. Äh. Alter. Ich leuchte ein bisschen auf. Ich nehme das Außenmehr jetzt einfach mal mit. Oder habe ich noch Platz in meinem Invertrag? Hier weiter runter. Natürlich habe ich keinen Platz in meinem Invertarm her. Oh nein, gleich stürzt hier die ganze Decke ein. Aber das ist auch nicht so. Komm. Wir teilen das Eis natürlich auf. Ja, du farmst erstmal ab und ich... Oh, ich mache den Kampf, okay? Nein, ich. Alter, bist du schon weit? Ich gehe rechts lang. Oh, Lama! 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 Bist du Lama? Doch nicht. Noch mal nicht. Unser Zuhause. Äh, Zuhause. Ah, das tat weh. Alter, hier ist schon ausgeleuchtet, ne? Oh, Mann! Oh, Mann! Okay. 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 Okay, ich baue mir jetzt hier gerade so, oder uns eine Mine, damit wir hier richtig in einer Welt, da haben wir das auch und da haben wir schon, oh, tippe mich, tippe mich, tippe mich, tippe mich, Leute, das ist eine Mine, erkennt ihr das, eine Mine, ein Minenschach, ich gebe vor, ja, mach du das, gut, alter Leute, aber ich würde sagen, die, äh, so wirklich erkunden, ich weiß nicht, viele geile Schätze, oder so, hier ist unser, ich muss erst mal das Wasser rein, da hinten ist unsere erste Lore, glaube ich, oh ja, da war, oh, ja, nervös, wow, was macht die Fledermaus dann, das war richtig wappen kann, das ist nicht hier, bau du dich da rüber, okay, ist es rein, hier ist es kein, aber ich würde sagen, weiterkunden, würden, werden wir jetzt hier in der nächsten Folge machen, wenn euch das gefallen hat, und wenn wir es, äh, erkunden sollen, das Alter, halt, was so, dann, lass doch einfach ein Like da, list, und wenn wir das Redstone abbauen sollen, das können wir nicht, ich kann es, ich hab nur Eisenspitze, was, was, ja, wann hast du Täti gemacht, keine Ahnung, dafür hab ich auch was Besonderes, Freunde, ja, das hab ich auch, bau ab, dann können wir uns unsere ersten Sachen verzaubern, das ist doch schön, aber, weiter, verzaubern werden wir das dann in der nächsten Folge, wenn ihr das echt zaubern, erkunden werden wir dann in der nächsten Folge, wenn ihr das wollt, denn das bleibt, okay, 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 und und jetzt kommt, wenn ihr uns noch kein Abo und kein Like gegeben habt, habt ihr uns noch nicht geguckt, genau, das ist jetzt unser neuer Werbespruch, ne, ja, ich hab auch, okay, wenn ihr wollt, dann lasst halt ein Like da, und, wenn, in der nächsten Folge, wenn ihr wollt, dass wir die Abbaute, dann lasst ein Like da, bis dann, haut rein, Leute, ciao, 3 3 3 4 5 6 2 3 6 6 7 jm